es geht einfach nicht jetzt ist meine s-taste wollte ich gerade drauf drücken jetzt habe ich sie in der hand ich habe die wieder ein kleines bisschen nämlich reingeklemmt gehabt jetzt ist wieder ganz raus eine gute nächste zu ändert das doch ein tisch sind lustig also ja wir zwei richtig schöne weiße flacke du mal beleuchten orte sieht da schön aus was sieht hier aus die beleuchtung war mittlerweile schon ich benutze ja nicht also da jetzt extra angeschlossen ja ich hatte das problem noch mal mit einem bildschirm ging der bildschirm dann als ich einmal im laptop monitor haben ja habe ich auch fernseher aber ich denke das hat ein bisschen was bei der viel plastik mit drin ist es wird wenn so mit wenn zu lange das licht an ist wird es bestimmt warm und bricht dann dann wird es oder kalt oder warm oder kalt weil ich hatte ja jetzt einmal wo ich gesagt ich habe jetzt hier mal knapp 48 stunden lang hochgeladen da war die ganze zeit die tastatur beleuchtet und danach ist man nämlich die ändert es gut gegangen er hat es kann sein aber ich habe ordentlich was ich habe es ging doch so gut vor uns mit dem sprung was denn los jetzt dass die leiter kaputt gemacht muss man neu hin was sagst du hier muss die hin ich weiß es ist auch ein trick wie man immer so rückelt du musst du mal ein stück nach rechts gehen und dann springen ich bin jetzt immer ganz links an die leiter an dann ganz kurz ein stück nach rechts das schiff los und dann geht das zu sprinten dann darfst du bloß nicht schief lenken das ist ja schon wieder so ein sprung hier oder schlimmer noch wie soll denn das gehen ob ich gleich bis hier rüber kommen das habe ich auch schon nicht soll ich denn mal das eigentliche problem erzählen von meiner externen tastatur ja sag mal da ich auf dem bett sitzen und der laptop ja bloß auf so einen hocker drauf steht habe ich jetzt keinen platz für die tastatur deswegen hängt die so halb schiefe drinnen zwischen bettkante und hocker manchmal kippelt die so richtig blöd hallo sommer hat es noch bei dir das war im fein war sorry das ist natürlich scheiße das ist eine kacke hier mit der tastatur warte mal moment ausschalten standby zuklappen stecker ab in der ecke schmeißen so ah jetzt tue ich noch eine tastatur mit hin die kupplung muss weg und dann geht das die zwei zettel weg ne das ist mir zu ungewohnt das ist mir zu ungewohnt das ist mir zu ungewohnt so wer bist denn du darf ich dich runter schmeißen irgendwo jetzt ist mein bildschirm voll weit weg was inventar aufgemacht scheiße wie soll denn das hier gehen ob man bis dahinter kommt probier es doch mal aus ne ja oh ne man bleibt hängen ach man bleibt hängen da dran hab ich schon gar nicht gedacht ach so oh speck lol ey oh ich weiß dass du nicht runter fällst das schaffe ich nie wieder da ist gar keine leider wo ich hinspringe ja warum denn ja ja oh oh na gut sprinten muss man schon ja auf jeden fall da fuck nein oh also ich komm schon irgendwie daneben aber wo wir zum ultimatum setzen wann wir schluss machen mit einer map her ok also jetzt zum beispiel sagen noch bis halb wie schneidest du denn die parts das weiß ich noch nicht das musst du aber wissen weil ich würde sagen ja theoretisch habe ich immer 15 minuten jetzt die letzten folgen gemacht dann machen wir nach 15 minuten schluss ok wie lange sitzen wir jetzt schon so dran beziehungsweise dann machen wir jetzt schluss wann haben wir angefangen mit aufnehmen du musst gucken wie lange du schon aufnimmst komm wir machen noch bis halb neun minuten noch bis halb zwölf ja ja dann gibt es Mittag hehehe feuerunger gefangen Mittag sagst du ich habe ja noch ein paar Kekse liegen aber ich habe nichts mehr zu essen ich habe nur noch Kaugummies die guten Leibniz Kekse ne übermorgen weil ich gehe ja zu meinen Cousins ja Silvester feiern und da gehen wir auch mal schön vorher zu Kauf lang und kaufen alles auf was wir Appetit haben und das ist nicht ganz wenig Mensch Willi warum warum scheiße jetzt hast du wieder ein Schlaggut nein warum hast du mich nicht geschlappt nein warum hast du mich nicht geschlappt wo kommen die jetzt hin na setz mal ja genau nein 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 sao nein 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 halt ist einfach zu lang das viel zu lange konzentrieren einfach nur wer die map zweimal halbiert oder so das kenne so warte 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 ich will jetzt noch mal den sprung dann rüber zu versuchen ja hab ich auch schon ich war einfach ich war in der leider oben dran so ich bin jetzt offiziell am weitesten ne ach ich war der ocean treiber aber nicht wo muss ich denn hin ich sehe ja nicht drei blöcke weiter das ist doch in wasser ich hab das nicht ist einfach zu lang habe es jetzt immer ringsherum geschafft zweites mal und noch ein halbes mal was werden ja noch für sprüge gekümmt gut dass er irgendwer hätte wer gegangen wenn man da rein hier hier noch mal mal rein wieder schon gut los mehr mittel aufgegeben hast du jetzt gerade diese nettersteine rausgenommen nö ok wir tun sie wieder rein ich wollte gerade mit tor ich habe keinen bekommen ok so dann wird keiner die challenge geschafft was ist das bitte schalter umlegen hab ich gemacht das ist wieder hoch getan ne hier ist der auto ne exit 2 ne challenge 3 wo ist challenge 2 was ist das mittel oh oh oha hm 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 ja Ich bin zu doof zum Sprinten. Drück doch Shift. Äh, Strong. Ja, hab ich ja grad versucht, aber es ging an dich. Oh, ich brauch mehr Anlauf. Oh, vor allem. Oh, ne, die schaff ich auch wieder, ne. Guck mal hoch. Das geht die ganze Zeit so. Das packt man schon. Wir haben alle die richtige Taktik gefunden. Gibt's keine Taktik. Ich kann mich nicht irgendwie mit Shift dran festhalten. Ich hätte das mal vor, mit der Lehrteister aus der Schule. Die sind durchdrehen. Das gibt's, ich schaff den letzten Sprung nicht. Vor allem, wie das klingt, oder boom, boom, die ganze Zeit. Und der Hälfte davon funktioniert. Oh. Bitte komm, lass uns nicht hauen. Das ist doch scheiße. Mach doch gar nichts. Na los. Du fällst doch eh gleich wieder runter. ich habe nicht genug anlauf ich wollte schon anhalten weil ich dachte ich habe den ersten sprung nicht geschafft dann komm du musst noch runterfallen dann gibt es doch jetzt gar nicht das ist zu weit das ist zu weit das ist zu weit das sind einfache springen aber die nächsten wohl wieder ein unterschied ist in der höhe ach so waren die garne ja der letzte sprung ne ach nö das sah so aus du hättest in der zeit auch schaffen können aber du stehst hier unten und wartest und hoffst und hofft genau auf was auch danke danke was sagst du das hilft da hinten aus anzulauf zu nehmen dann kannst du nicht schön mit steuern das ist doch vor allem ich seh dich noch nicht heraus rennen ich denke was macht er denn nun ich kann die zeit schon daraus gerannt ich bin beim letzten mal zu vorsichtig mach mal richtig